so ja hallo ich nehm schon auf hallo hey brothers na wie geht's alldude war moini schlawina moini schlawina knochen hier mit kaiser franz ich fahr den t28 sie fährt er hat sich wahrscheinlich gar nicht gemerkt aber ich war ja hinter hier also fährt sie panzerkampfwagen 4 ausführung und kann ich nicht sehen dass die sonne panzerkampfwagen 4 ausführung so wir sind ja shit noobs weil wir gut sind ja der typ eben zu köstlich sich der beste im team aber er 13 und ich bin der loser alles klar ja du hast ihn heute genommen und du hast ja schon du hast heute schon panzer weggeschossen leute muss man sagen kaiser franz hat kills gemacht drei stück merkt euch das schreibt euch das hinter die löffel ich habe 85 kills oder so du quatsch immer dazwischen wenn ich rede aber ist okay weißt du ich bin so gechillt heute das ist cool dann verzei ich dir das ne aber wenn du es noch mal machst dann oder sonst ok fährst du hoch zu c ich glaube ich nehme gleich die idioten seite bzw den idioten punkt ich fahr hoch hier auf diesen hügel ja ich folge dir unauffällig oh alle reti ist frei arithmie komm einfach ins nix anämie anämie ist ob irgendwas mit a ist frei shit shit heißt shit heißt doch fahr hoch aber vorsichtig ja hier ist einer ich konnte nicht so gut ins ziel nehmen ich habe nur wie seine kette getroffen was ist er denn ok wir kämpfen äh wir recappen kämpfen oh da sind hier 50 schnell oh mein gott was finde 50 kaiser mach was ja 50 mark weißt du ich war weiterrechte ne guck rechts äh links 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 da sind welche links 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 bei a aha oh ist richtig voll das ist ungünstig hier ja ich krieg kein ins visier gute sache ne das geht gar nicht ok lass vorfahren lass vorfahren ich schnell aber schnell runter hier oh alter ich fahr hier das lieber ja warum soll ich zu a fahren mich da gleich zerschießen lassen das ist ja auch irgendwie da sind doch die ganze da sind so viele böse menschen ich will auch diesen t 28 nicht verlieren ich habe keinen gutschein für den aber ich mag den der sind besser als die ganzen t 70 und 80 dinge hier gut ich sehe gerade ja irgendwie hier könnte ich mich vielleicht verbarrikaden ja auch irgendwo ist ein flackfahrzeug da irgendwo ist ein flackfahrzeug da ja das hat nicht getroffen dich hat was getroffen ja der dschungel ist auch kein spaß hier eben weiter ich gehe in die luft das ist so wieso kann ich nicht in die luft du hast keine punkte was heißt ich habe keine punkte junge 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 du hast nicht genug punkte ey ich glaube sie kriegt die ganze weg hier ah ok oh shit heiliger huren kurva ich habe eine palme umgebaut gekillt den bro ja ich habe flackfahrzeug gerade nur gekillt weil ich mit meinem flugzeug reingestürzt bin du willst ein bisschen für sich sorgen und feste palmen um oder was für mich sorgen und was für sich sorgen euren putzen please 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 ich gehe nochmal in die luft ich will auch mal in die luft arrhythmie auf den typen arrhythmie habe ich auch nicht arrhythmie habe ich auch nicht der ist so schön der ist so schön der ist so schön im sinne von der ist nicht schlechter typ hier muss ich sagen welcher typ den die ich hier die ganze verfolge mit seiner verkackten jack komm 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 schlitt doch mal ab junge wie ist es jetzt flugzeug jetzt jetzt oooh wie am psycho ey komm ja oh wie süß oooh unred me feuer oooh oh scheiße der will einer killen der mit mich ja wieso oooh ich krieg den kacke eigentlich ins visier ja du bist in der luft und der ist dort der ist vor dir irgendwie so ein paar meter ich kann leider nichts machen weil ich ihn nicht sehe liegt der oder was ist ne jetzt fährt einer hoch den der ich verfehle ja scheiße ich habe einen verfehlt das sind ganz viele oh hier ist einer hier ist einer hier das ist noch ein T50 ich sehe gerade nicht so durch ich habe ein Schlachtflugzeug gehabt für eine Sekunde ja fahr mal lieber weg da das kann ich dir leider jetzt nicht beantworten da ist irgendein flackfahrzeug neben dir ja ich sehe ich sehen ich sehe ich verfehle ich habe ihn getroffen aber reicht nicht ich versuche rüber zu kommen dieser t7 irgendwas die 1 oh mein gott ich versuche ja da sind drei stück vorne mir ist nicht egal die tonne so sind die bros so sind die bros er wird schon geboren what the fuck ist das echt mehr nur es ist immer noch eine runde ja wenn du jetzt was sehr muss ich wasser ich habe gerade gewürzt und keiner hat gehört weil ich sehn so leise nach zur seite geschoben habt so ich seh dich alter was ist das denn? ja ich glaub ey da ist ein Gegner irgendwo du weißt das, ich kenn dich doch das kenn ich doch Kaiser du kennst mich überhaupt nicht wo ist nicht mal dass ich eine Frau bin doch 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 richtig mal ran soll ich dich mal ran? ich geh jetzt wie auf so einen Spruch du bist so ein Kind ich bin so ein Kind vielleicht fällt es euch ja auf ich bin mit niedriger Grafik hatte irgendwie Probleme eigentlich kann ich wieder hochstellen aber komm schon der Rechner ist so alt ja und ich dachte so ein Windows XP Rechner helfe immer ne eigentlich ist das blöd ich fahre ungern zu diesen Punkten wo zu viele Ruinen sind ne ja hier kann ja alles mögliche erscheinen oh jetzt hab ich, ups ah, alter fahr doch rein da danke schön so gut wir sind drin jetzt lass uns doch da ist ein Böser da kommt, da kommt einer rechts ja musst du mich immer hier ja du musst dich auch mal bewegen ja aber du kannst mich doch nicht ständig rammen ich ramme dich ja nicht ständig sondern nur jetzt gerade also ich schmeiß Artie auf den ja mein Nachbar dreht auch ein bisschen durch coole Sache ist halt Freitag ne dreht alle ja irgendwie hat er sich wohl getroffen ja wieso mich schon wieder ja gibt's auch andere die die wahrscheinlich werden können du zum Beispiel ich treffe den überhaupt nicht weil ich ihn mal vor und zurückfahre ich kann den nicht hier treffen weil du vor mir stehst ich kann mich nicht bewegen ich hab ihn karanitisch getroffen karanitisch jetzt hab ich ihn wieder nicht so ich hab dir ich er ist weg scheiße was ist los hier scheiße hinter dir mach da machen wir ich bin tot oh ich hasse diese dreckigen Flaggpanzer ne kann nix machen ja ich kann auch nix machen wenn du tot bist kannst du natürlich nicht machen da hast du recht guck mal wie er die ganze Zeit auf mich schießt ich wusste das ist nicht gut hier gut wir haben uns aber alle raubert ja schieß den mal weg kommst du ran hier bei mir dreht sich überhaupt nicht ey es dauert aber bis ich da bin ja bei mir dauert es auch hier und lefick fresse hier oh ich muss schon wieder komm schnell bitte ich bin weg ja Alter wie ich diese Bastardkinder hasse mit ihrem Flagg weißt du eigentlich die können ja gar nix ich hab das ja auch gehabt ne du bist zu doof für irgendwas ne und dann schießt du halt mit der Flagg rum die ganze Zeit aber ich hab ja noch einen Gutschein Gutschein für was? ja für was? für was? für einen Panzer fack mich jetzt nicht ab und geschissen sie sind keine Ahnung kann ich die nicht beantworten ich fahre dir jetzt hinterher zur Not habe ich ja noch ein gutes Replay hier ne kritischer Treffer macht den weg der kann sich nicht bewegen ich hab ihn weggemacht ok da ist noch einer den hab ich auch weg so ich geh mal in die Luft geht gar nicht was ist das denn? ich nehm das Schlachtflugzeug geht auch nicht äh äh ist das denn? wieso blinkt der Müll auf wenn es sich geht? oh jetzt geh ich ab in die Luft weil hier ein Bomber ne aber äh Schlachtflugzeuge mit bei sind ach scheiße wieso geh ich in die Luft jetzt ist wieder keiner mit bei was ist das denn? ist das abgebrochen worden? lass mal lieber cap'n oh neben mir ist irgendwas ok ja b wie komm ich denn da hin? ich weiß gar nicht mehr wir müssen hier irgendwie rumfahren dann ja ist ein Weg 8b ist da wo wir eben waren ja da wo so gut lief gerade ja aber merkst du schon dass ich besser fahren kann? ja pass auf da kommt jetzt einer da ist einer äh rechts neben uns jetzt und links sind auch welche weil die vom hey ist Bomber oh scheiße hinter uns wie hinter uns? irgendwo direkt hier neben uns muss einer sein kann das sein? ich sehe nix also mir wird nichts angezeigt ich geh in die Luft ist mir jetzt Latte irgendwie der direkt neben uns der muss hier wer ist ja auf dem Hügel hier oder auf der Klippe oh jetzt sehe ich den jetzt sehe ich den auf der Karte kann nicht oben sein geht nicht anders da ist äh noch ein einer der oh verrecke der verreckt nicht gibt's aber nicht wie ist er denn? mach da gut da ist da auch nicht irgendwas schieß auch nicht ich bin ich kann nicht fahren oh nein ich bin weg ich bin schon wieder weg was ist das für eine Hurenkacke wieso? ja du bist von hinten gefickt jetzt ja scheiße ist das ne Bastardkacke echt das ist ja so ein so ein Drecks äh LKW wie du den fährst den fahr ich nicht mehr weil das scheiße ist ja wenn ihr mal irgendwie so brutale Klappergeräusche hört dass der Kaiser Pflanz die ganze Zeit hier auf die Leertasse drückt oh shit alter wer schießt nicht auf mich scheiße schnell komm rüber ey hier ist einer am Spawnpunkt ich bin gleich schon wieder weg hinter dir dreh dich um dreh dich um ja ich will mich umdrehen so ein BT7 ja guck doch wie ich beschossen werde hier ich seh hier niemand ich bin weg ja das war's ach du loser ey ey was soll ich machen wenn dieser Bastard weißt du nichts besseres kann außer hier am Spawnpunkt zu campen wie ne Fotze dieses Bastard zieh hier ich mein Visier ist weg ja und was wurde wohl bei dir zerschossen ich versuche mal auf dich zu klicken jetzt hier oh alter ich spieze und da ist ein Wasserturm ist ja so echt auch ein Wasserturm geschossen oder was ja schon nicht alter wann ist denn das mal der Fall gewesen dass ich schon drei Fahrzeuge alter ja schieb mein Bug noch beiseite ey was für ein kleiner Schwanzlutscher echt ich hasse so eine Pisser aber letzten Endes muss ich sagen das machen wir ja auch wenn ich die Möglichkeit habe fahr ich da auch hin und schießt die vor Ort weg ne aber es regt einen auf wenn es die anderen auch machen ne ja und dann denkst du dir so ey stören Aids ne mein Mann natürlich nicht wirklich so ist ja nur Spaß ne oh 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 Gott ey da ist einer ja mach den klar komm blass ihn weg ich will meine Stats gar nicht sehen ich schneide das auch ab hier wenn die Stats kommen dann schneide ich das weg hier ja ich kann allen sagen du sagst überhaupt nichts pass auf pass auf äh links da ist ja vor dir da ist einer du siehst ja dass ein Kollege schon abgeschossen wurde wie bist du denn jetzt sehe ich gar nicht ja da ist wie so ein Hubbel also so wenn du bist ein bisschen höher liegst ein bisschen höher als er ähm entweder frontal oder du fährst jetzt äh hier um diesen Hügel herum du kannst du noch Reservepanzer oder was ich weiß nicht was das ist ein Panzer ok Reserve was heißt das jetzt so Leute ihr seht wo geh mal äh Kaiser weiß Bescheid oh der ist halt vor dir siehst du den jetzt ja wenn er mich nicht äh kaputt macht mach den Bastard klar ich muss aber mich irgendwo also irgendwie raucht er schon aber ne er ist noch da ja weil er schießt einer kill ihn lade doch nach mein Gott äh ich will zu gewissen mit was für eine Munition du gerade schießt äh weiß ich nicht er ist weg ja hey wir werden verlieren hey naja wie schnell die mich wegrorzt haben ne ja also eigentlich lag ja nur daran dass der Typ da wäre er nicht zum äh äh Spawncapper äh also Spawncapper gewesen ne ich glaube ich noch ein bisschen was leisten können oh Niederlage scheiße wir sind so Versager oh ich hab ihn zerstört ja achso ich wollte ja äh also tschüss äh danke nein nein lass mich lass mich doch gucken ich sag nix wieso lass mich doch gucken ja dann sehen die auch wo ich war guck mal wie schlecht ich war die zwei kills oh mein Gott helfter ne echt naja aber gut du willst ja dass sie das sehen leute guckt uns unsere stats an Kaiser Franz zwei Ränge unter mir echt Gott wie scheiße ja ja echt ich sehe ah danke fürs zuschauen ähm äh deabonniert äh Gott ey wir sind fertig äh sind die Arbeit arbeiten und dann noch Bier trinken heute und spielen hier ne so ja das so also hinterlasst kein Abo deabonniert falls ihr abonniert habt ähm und ähm das ist die wichtig tschüss denn ne also haut rein jo hau tschau tschau tschüss tsch tsch tschüss tschüss tschüss